Felix Magath sieht sich selbst als einen geeigneten Kandidaten für das Amt des Bundestrainers. Der frühere Bundesliga-Trainer traut sich die Aufgabe durchaus zu. Ihm zufolge brauche der Deutsche Fußballbund nun einen Coach, der in der Lage sei, die völlig verunsicherte Nationalmannschaft wieder aufzubauen, wie er dem NDR sagte. Und ich denke mal, dass ich in der Lage bin, verunsicherte Mannschaften wieder aufzurichten und ihnen so viel Vertrauen zu geben, dass sie wieder in der Lage waren, wieder sehr gute Leistungen zu bringen, so der ehemalige Bayern-Trainer. Magath wurde zuvor vom Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann als möglicher neuer Bundestrainer ins Gespräch gebracht. Genau so einen Mann brauchen wir. Und ich könnte mir vorstellen, dass Felix das sofort machen würde, sagte der Sky-Experte der Deutschen Presseagentur.